Was ist die Diskussion und Entwicklung der letzten Jahre? Wir als Aussteller, wir von BCT mit dem Dialog-Fachforum, mit dem Dialog-Award voll zufrieden und sind begeistert über die Vielzahl unterschiedlich interessanter Vorträge, das ganze Potpourri an breit gefächerten Vorträgen, aber auch über das gesamte Networking und alles drin. Vielen Dank.